Die technische Entwicklung ist rapide und zwar so schnell, dass sie innerhalb eines Lebens kaum verkraftbar ist. Wir haben zigtausend neue Fundstellen aus allen verschiedenen Perioden entdecken können. Dann können wir unsere Fragestellung wirklich an diesen vielen Daten schärfen und genau festlegen, an welcher Stelle setzen wir dann den Spaten an. Untertitelung des ZDF, 2020 Hochmoderne Technik kommt in der Archäologie manchmal wie ein altertümlicher Handkarren daher. Während die Archäologinnen Ruth Beusing und Rosanne Schott ihre Technik auf einer Pferdeviese aufbauen, bereiten ihre Kollegen nebenan ein anderes Gerät vor. Das sieht schon eher nach Hightech aus. Das Geomagnetikgerät ist immerhin so schwer, dass es von einem Auto gezogen werden muss. Beide Geräte können das gleiche. Das eine ist nur größer und kann damit mehr Fläche untersuchen. Die deutschen und die irischen Archäologen haben sich bei der alten Klosterkirche von Skrien getroffen, einem geheimnisvollen mystischen Ort aus dem 15. Jahrhundert. Aber die Kirchenruine ist gemessen an den uralten Zeugnissen der Gegend geradezu jung. Wir befinden uns nordwestlich von Dublin. Der Hügel von Skrien liegt der Hochebene von Terra vis-à-vis, dem irischen Nationalheiligtum, einem jahrtausenderalten Versammlungsort. In dieser Gegend befinden sich auch die riesigen Megalithgräber, einzigartige Monumente, gebaut rund 3000 vor Christus von Menschen, die nichts hinterlassen haben, außer ihren Gräbern. Eine digitale Rekonstruktion gibt einen Eindruck vom Inneren der Gräber, die oft an astronomischen Daten ausgerichtet sind. Die Archäologinnen fahren Sonden über die Wiese, um herauszufinden, was unter der Oberfläche liegt. Dieses Fünf-Sonnen-Gerät hat eine Spannweite von zwei Metern und man kann durchaus zwei Hektar, zwei bis drei Hektar am Tag mit so einem Gerät messen. Also man ist sehr schnell dabei, Ergebnisse zu haben und Archäologie auswerten zu können. Das Geomagnetikgerät der Kollegen hat sogar 16 Sonden und ist damit noch effektiver auf der Suche nach archäologischen Zeugnissen. Hier müssen wir ganz schön aufpassen. Wenn wir die Kabel vertauschen, dann werden irgendwie die falschen Lagepositionen von den Sonden übermittelt. Aber da macht man zum Abschluss nochmal so eine Prüfung, ob das alles funktioniert. Denn darum geht es hier. Uralte Spuren im Boden zu finden, ohne einen einzigen Spatenstich. Man nennt das Prospektion. Ich verbinde jetzt gerade das Geomagnetikgerät mit dem Computer. Der Computer hat sozusagen die Aufgabe, alle Messdaten aufzuzeichnen und uns auch, wenn wir durchs Gelände fahren, den Weg zu zeigen, wo wir zu prospektieren haben. Mit dem 16-Sonden-Gerät können geomagnetische Messungen des Bodens durchgeführt werden, sofern es nicht an Weidezäunen hängen bleibt. Stopp! Stopp! Ich frage mich, was wir hier wohl finden werden. Die Landschaft atmet Geschichte, die vor Tausenden von Jahren begann. Die Archäologinnen müssen nicht nur historisch bewandert und technisch versiert sein. Keine Scheu vor den neugierigen Pferden gehört an diesem Tag ausnahmsweise auch zum Berufsbild. Wir möchten wissen, was hier vor der Kirche gewesen ist. Es gibt Hinweise aus dem 8. und 10. Jahrhundert, dass hier schon vor dem Kirchenbau eine Begräbnisstätte gewesen ist. Das Kreuz verrät uns genau die Position, wo wir uns befinden. Mit Hilfe von GPS-Daten können die Archäologen ihren Wagen exakt über die Wiese steuern und bekommen so ihr vollständiges Bodenbild. Die Sonden, die sie dabei hinter sich hier ziehen, messen das Magnetfeld der Erde, das wie ein unsichtbarer Schleier im Boden liegt. Wird es durch Mauern oder Gräben gestört, verändert dies die ewige Struktur. Genau das können die Sonden messen. Der Computer zeichnet diese Störungen auf. Eine längst vergangene Struktur erscheint. Ein Schatten der Vergangenheit. Das ist eine spannende Wiese hier. Das ist eine spannende Wiese hier. Wir sehen jetzt hier Gräben. Und das ist wahrscheinlich so ein rechtwinkliges Grabenwerk, was natürlich in Verbindung mit dieser Kirche stehen kann. Das hier vielleicht eine Dorfanlage war, die von diesem Grabenwerk umschlossen ist. Und das wusste man noch gar nicht. Das haben wir sozusagen jetzt als Erste gesehen, vielleicht nach 700 Jahren. Wo ist die Verbindung zur Kirche? Die Kirche ist hier. Die Kirche ist außerhalb. Sie sehen fast wie konzentriere Gäste. 1700 Kilometer weiter östlich, in Berlin. Im Studio für virtuelle Realität des Spieleentwicklers Thomas Bremer beschäftigt man sich mit einer anderen Art der digitalen Archäologie. Es sieht aus wie ein Spiel, ist es aber nicht. Die Game-Designer arbeiten zusammen mit dem Berliner Archäologen Kai Kohlmeier. Hippe Technik trifft Altertum. Man hat nicht von Anfang an die gleiche Sprache gesprochen, aber viel Erstaunliches voneinander gelernt. Zum Beispiel, dass die Hittiter eine sehr seltsame Lesetechnik hatten. Diese hier von links nach rechts, die von rechts nach links, die von links nach rechts, die wieder von rechts nach links. Die wieder zurück, oder was? Ja, das geht so wie in Schlangenlinien. Das ist ja auch so. Archäologen sind so ein bisschen in den letzten Jahrhunderten verankert, auch was ihre Methoden betrifft. Und die rasche Entwicklung der Computertechnologie im Allgemeinen, wie aber auch der virtuellen Archäologie, die muss erstmal in unser aller Gehirnen ankommen. Und wenn ich sage, ja, ich arbeite mit einem Game-Designer zusammen, dann sehe ich schon immer, wie so die Klappen runterfallen, weil Spieletechnik, das hört sich so nach unseriös an. Aber das ist ja gerade das, was wir nicht machen wollen. Was hier wie ein Videospiel aussieht, ist eine hochexakte Kopie eines wirklichen Tempels. Es ist der Tempel des Wettergottes aus Aleppo, einer der wichtigsten Gottheiten im Alten Orient. Die ältesten Bauteile des Tempels stammen aus dem dritten Jahrtausend vor Christus. Virtuell kann man die Sonne auf- und untergehen lassen und so den Tempel bei unterschiedlichem Licht betrachten. Man bekommt ein Gefühl für Raum, Größe und Proportion. Es hat bei Weitem nicht damit zu tun, dass wir jetzt wirklich in diesem Tempel stehen. Aber gleichzeitig kann man natürlich Dinge wirklich ganz anders beurteilen und sehen, als man das am gewöhnlichen Computermonitor machen könnte. Dass allein, dass ich jetzt hier stehen kann und zum Beispiel in die Hocke gehen kann und mir sozusagen die Objekte tatsächlich plastisch ansehen kann, das ist etwas, was ich auf einem normalen Computermonitor überhaupt nicht machen kann. Syrien, Aleppo. Der Tempel befand sich im Herzen der Stadt, in der alten Zitadelle, mitten auf der Demarkationslinie. In der Zitadelle hatten sich Rebellen verschanzt und von hier aus auf Regierungstruppen geschossen. 5.000 Jahre Geschichte, pulverisiert in einem grausamen Krieg. Anfang 2011. Das Team aus Berlin um Kai Kohlmeier scannt den Tempel von Aleppo. Das Land wirkte noch so friedlich, dass der Professor neben seinen Studenten auch seine Tochter mit nach Syrien genommen hatte. Unter Emilia eine weitere Darstellung des Wettergottes, wie er seinen Streitfagen besteigt. Da ist er ja kämpfend dargestellt. Was ist das? Hier ist das Zeichen für Gott. Und das? Keule. Erst ging es nur um Wissenschaft. Durch den Krieg bekamen die Daten plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Dann hatten wir plötzlich diesen Datenwust, der ist wirklich unvorstellbar groß. Und dann kam der Bürgerkrieg. Wir kamen nicht mehr runter. Und da stellte sich mir die Frage, ja, was machen wir jetzt? Und das ist natürlich, das klingt jetzt schon fast zynisch, eine ideale Ausgangsbasis. Weil wir sind die einzige Grabung im vorderen Orient, die alles 3D gescannt hat. Es ist, ja, Glück im entsetzlichen Unglück. Der Tempel wurde im Krieg stark zerstört. Immerhin ist er digital erhalten. Die gescannten Daten sind so genau, dass man die Inschriften in der virtuellen Realität sogar besser lesen kann. Als ich graben gelernt habe, da hatte ich ein Stück Papier und einen Bleistift. Das war alles. Heute können wir einen Scanner benutzen, der viel präziser ist. Dagegen lässt sich auf einem Stück Papier gar nicht darstellen. Und dadurch entwickeln sich natürlich auch neue Fragestellungen, das ist klar. Eine exakte Kopie erstellen zu können, das interessiert auch Schiffsarchäologen aus aller Welt. Schiffswracks unter Wasser zu vermessen und abzuzeichnen, gehört zu den so anspruchsvollen wie mühseligen Aufgaben des Schiffsarchäologen. Und nicht immer sind die Bedingungen so gut wie hier, in der Ostsee, vor Rügen. Denn Schiffswracks vom Meeresgrund zu bergen und zu erhalten, das wird nur noch bei absoluten Ausnahmefunden gemacht, wie bei der Bremer Hansekogge, die seit 1972 im Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven restauriert wurde. Das war enorm teuer. Um mehr über das Handelsschiff aus dem Jahr 1380 herauszufinden, haben die Archäologen ein digitales Modell von der Kocke gemacht. So eine Schiffskonstruktion ist was ganz Besonderes. Das ist, alles hängt zusammen in dem Schiff. Und wenn Sie nur ein Teil um zwei Zentimeter verschieben, dann verformt sich die gesamte Form des Schiffes. Und genau darauf basiert die Rekonstruktion am Computer. Man hat dort den Überblick, man hat kein 23 Meter langes Schiff und muss dann erst mal suchen, wo es zur Verformung gekommen ist, sondern man verformt etwas und hat das Ganze handlich in einem Bild vor sich und kann den Rest überprüfen, ob sich dort eine Veränderung getan hat. So konnten die Wissenschaftler zum Beispiel herausfinden, wie sich die Kocke segeln ließ, und zwar ohne sie zu Wasser zu lassen. In der Ostsee vor Rügen liegt so ein Wrack, das zu Bergen sich nicht lohnt. Spannend für die Archäologie ist es aber trotzdem. Das Besondere an dem Schiffsfund, den wir dort haben, ist, dass er aus der Mitte, vielleicht sogar ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammt. Da haben wir sehr wenige Schiffsfunde von und wir haben eine Datierung vorliegen, die besagt, dass die Hölzer aus Hamburg stammen sollen. Auch heute noch werden bestimmte Feinheiten vom Schiff unter Wasser per Hand abgezeichnet, weil manche Details so deutlicher erfasst werden können. Doch die Hauptarbeit macht ein spezieller Fotoapparat. Aus Hunderten von Bildern wird ein 3D-Modell vom Schiffswrack am Computer zusammengesetzt. Das nährstoffarme Wasser der Ostsee hat das Holz perfekt konserviert. Die Strömung hingegen hat das Wrack bis auf den Schiffsboden abgetragen. Der Plan unserer Expedition hier ist, das Schiff so gut wie möglich zu dokumentieren, um möglichst viele technische Details aufzunehmen und ein gutes Bild wiederzugeben, an dem man dann Forschung betreiben kann. Das ist so ein bisschen wie ein Buch abzuschreiben, das man nicht lesen kann, weil es in einer fremden Sprache geschrieben ist. Und dann nimmt man das mit nach Hause auf Papier als Zeichnung bzw. als digitale Dokumentation. Und zu Hause setzt man sich dann hin im Winter, wenn man im Büro sitzt, und versucht, dieses alte Buch zu übersetzen, zu identifizieren, was damit gemeint war. Der Witz dabei ist, als Taucher sieht man das Wrack nie so, weil die Sichtweite gar nicht so weit geht. Ein Sonnenmodell kann man erstellen, selbst wenn man nur 30 cm Sichtweite hat. Man muss halt genug Fotos machen, die überlappen. Und dann kann man das Ganze zusammenbauen und auf einmal sieht man was, was niemand so gesehen hat. Zum Beispiel die Ballaststeine des Kriegsschiffes, die immer noch auf dem Schiffsboden verteilt sind. Die Fregatte hätte sonst die schweren Kanonen gar nicht tragen können. Eines der prächtigsten Stücke im Museum für islamische Kunst in Berlin wirkt unscheinbar und ohne jeden Glanz. Die digitale Welt kann da Abhilfe schaffen. Kai Kohlmeiers neuestes Projekt, eine reich geschnitzte Holzkuppel, die ursprünglich im Palast der Nasriden in Granada, der weltberühmten Alhambra, zu Hause war. In Berlin muss die Kuppel ein Mauerblümchen-Dasein fristen, aus konservatorischen Gründen. Die Kuppel, die hier in Berlin ist, und Sie sehen, die ist schlecht beleuchtet. Kein Besucher kann die zusammenbringen mit den Lichtverhältnissen auf der Alhambra, die wieder zusammenzuführen, virtuell. Und damit der Alhambra einerseits, aber andererseits auch dem Berliner Museum, es zu ermöglichen, dass der Besucher überhaupt sieht, wo saß diese Kuppel. Und in welchem Kontext hat die sich befunden. Der Bankier Arthur von Gwinner hatte die Kuppel 1891 mit Erlaubnis der spanischen Behörden nach Deutschland gebracht. Gwinner gehörte ursprünglich ein kleiner Palast auf der Alhambra, den er einem spanischen Opernsänger abgekauft hatte. Später schenkte er den Palast dem spanischen Staat, behielt aber die Kuppel für sich. Eine Weile schmückte sie seine Villa in Berlin, bevor er sie die Museum vermachte. Die Kuppel war ursprünglich bemalt und vergoldet. Sie besteht aus Dutzenden von Einzelteilen und wurde aus Zedern und Pappelholz geschnitzt. Ein Sternenornament. Himmlisch schön. Uns wurde gesagt, dass durch Wasserbecken, die vor diesem Bauwerk sind, beispielsweise die Sonne reflektiert wird, in die Kuppel hinein. Das zu simulieren jetzt über die verschiedenen Jahreszeiten oder verschiedenen Sonnenstände, würde uns erlauben, nachzuprüfen, steckt dahinter ein Konzept. Also ein Konzept, das diese Kuppel beispielsweise den Himmel darstellen soll, natürlich symbolisieren soll. Um die Kuppel virtuell mit ihrem ursprünglichen Ort zusammenzuführen, reist das Team Kohlmeier samt Equipment nach Granada auf die Alhambra. Dort soll dann der Turm, auf dem die Kuppel ursprünglich saß, gescannt werden. Am Ende müssen dann wieder die Spieleentwickler die gigantischen Datenmengen zu einem ansehbaren Ganzen zusammenfügen. Unsere Aufgabe ist ja nicht nur auszugraben, sondern unsere Aufgabe ist auch, Kultur gut zu erhalten, in situ zu erhalten, also an Ort und Stelle. Und das bedeutet, nicht anzurühren. Das heißt, mit zerstörungsfreien Methoden zu arbeiten, geophysikalischen Methoden, Magnetometerprospektionen, Widerstand, Georadar, was es alles gibt. Und erst mal mit denen Daten zu arbeiten, bevor man dann auf die Idee kommt, ausgraben zu wollen. Weil in vielen Fällen ist es dann auch nicht mehr nötig zu graben. Das Flusstal der Beuen, nordwestlich von Dublin, ist der Ort von Irlands spektakulärsten Hügelgräbern. Die Ganggräber Newgrange, Dorf und Nauf zählen seit 1993 zum Weltkulturerbe. Das zentrale Hügelgrab von Nauf hat einen Umfang von 275 Metern und ist von 20 kleineren Gräbern umgeben. Zahlreiche bearbeitete Steine geben bis heute Rätsel auf. Viele Geschichten und Legenden ranken sich um die riesigen Hügel. Helden sollen hier geboren sein, Elfen und Könige unter ihnen wohnen. Die Hügelgräber Narf, Dorf und Newgrange liegen alle in Sichtweite zueinander. Sich einen Überblick über die Landschaft zu verschaffen, das gehört in der Archäologie inzwischen zum Standard. Die Drohnen sind mit Fotoapparaten ausgerüstet und beschaffen so die Daten für Geländemodelle, die am Computer zusammengesetzt werden. Wo Kirchen aus dem Mittelalter stehen, finden sich oft noch ältere Spuren. Wenn es Plätze gibt, die eben eine ganz besondere Bedeutung hatten, dann musste man die auch besetzen, wenn man eine politische, militärische, religiöse Kontrolle über ein Territorium ausüben wollte. Insofern knüpft man dann an solche Plätze an und wir können uns vorstellen, dass eben mit der Christianisierung dann diese alten Plätze dann auch für die Errichtung von Kirchen genutzt wurden. Und tatsächlich finden die Archäologen abends bei der Auswertung der Geomagnetik-Daten aus Green runde Strukturen, die älter zu sein scheinen als das kleine Dorf aus dem Mittelalter. Vielleicht sind das Spuren von kreispömmigen Gräben, die Grabhügel umschließen oder es können auch Rundhütten sein. Die Verteilung dieser Objekte nimmt keinerlei Bezug auf dieses Grabenwerk und deswegen kann man davon ausgehen, dass die zu einer anderen Zeitperiode gehören. Verborgene Relikte ohne zu graben aufzuspüren, ursprünglich stammt diese Technik aus dem Militärbereich. Bestimmte geophysikalische Methoden basieren darauf, dass Magnetfeldunterschiede gemessen worden sind. Das sind ursprünglich Dinge, die auch aus dem Auffinden von U-Booten stammt. Da hat man eben versucht, U-Boote im Wasser zu entdecken, weil sie eben das Magnetfeld der Erde gestört haben. Das ist eine Methode, die wir in abgewandelter Form natürlich jetzt auch für die Archäologie benutzen. Axel Posluschni ist von archäologischen Spuren umgeben. Sein Arbeitsplatz liegt am Glauberg bei Frankfurt. Einem Bergplateau, das seit Jahrtausenden von Menschen besiedelt wurde. Vor allem die Kelten drückten der Gegend ihren Stempel auf. Heute weiß man, dass das Plateau von einer prächtigen Mauer umgeben war. Sie diente nicht der Verteidigung, denn der Abhang war steil genug. Sie sollte wohl vor allem Macht und Glanz demonstrieren. Macht und Glanz der Keltenfürsten. Es fängt hier an, in der sogenannten Jungsteinzeit, der Zeit der ersten Bauern und Viehzüchter in der Wetterau. Da haben wir also die erste Besiedlung hier oben, zu dem Zeitpunkt noch unbefestigt. Das nennt sich Michelsberger Kultur. Danach geht es in der späten Bronzezeit weiter. Und ab der frühen Eisenzeit, also plus minus die Zeit um 500 vor Christus, siedeln hier die ersten Menschen, die wir so annähernd als Kelten bezeichnen würden. Und die sind auch die ersten Menschen, die dieses Plateau befestigt haben. Ein unscheinbares Luftbild führte 1988 zu einer der spektakulärsten Entdeckungen der Archäologie in Deutschland. Schon seit Jahrzehnten nutzen Archäologen Luftbilder, um im Boden Strukturen zu erkennen. Doch das gelingt nur nach langer Trockenheit. Man sieht hier im Acker relativ klar eine dunklere Struktur im Getreidewuchs. Das deutet darauf hin, dass an dieser Stelle das Getreide mit mehr Feuchtigkeit versorgt worden ist. Und das bedeutet, dass vermutet werden kann, dass dort eben ein Graben ist an der Stelle, in der sich die Feuchtigkeit besser halten kann. Am Fuße des Glaubergs entdeckte man das Grab eines Keltenfürsten tief im Acker. Der dazugehörende Grabhügel war schon lange fortgepflügt. Inzwischen hat man das riesige Bauwerk wieder aufgeschüttet und hinter dem Hügel ein Museum gebaut. In der Nähe des Grabes fand man eine lebensgroße Sandsteinfigur. Diese Figur war mit Ketten und Ringen geschmückt. Sie lag in einem Graben, zusammen mit den Bruchstücken weiterer Statuen. Der Keltenfürst. Ein Fürst mit einer seltsamen Krone, die uns heute an Mickey-Maus-Ohren erinnert. Im Grab des Keltenfürsten fand man eine goldene Kette. Die Steinfigur trug exakt die gleiche Kette. Und so kann der Besucher heute den Eindruck gewinnen, der steinerne Kriegerfürst vom Glauberg ist das wirklichkeitsgetreue Abbild eines Menschen, der vor über 2500 Jahren gelebt hat. Denn auch der Tote im Grab trug so eine seltsame Krone wie die Steinfigur. Die Luftbildarchäologie hat sich inzwischen weiterentwickelt. Wir haben neben der klassischen Luftbildarchäologie, die heutzutage natürlich auch digital durchgeführt wird, auch noch die Möglichkeit, mit verschiedenen anderen computergestützten Methoden zerstörungsfreie Informationen über archäologische Hinterlassenschaften zu bekommen. Die wichtigste Methode ist der sogenannte LiDAR-Scan. Der Scanner sitzt unter einem Flugzeug und tastet die Landschaft ab. Die Daten werden eigentlich gar nicht für die Archäologie erhoben, ursprünglich wurden sie für die Vermessungsämter gesammelt. Doch für die Archäologie bedeuten diese Daten einen Quantensprung an Wissen. Auch wenn die Geländemodelle der LiDAR-Scan-Daten erst einmal unspektakulär aussehen. Das Besondere an den so gewonnenen Daten, man kann Bäume und Büsche mithilfe des Verfahrens verschwinden lassen. Da werden aus der Luft, im Wesentlichen von Flugzeugen, manchmal auch von Hubschraubern, Laserstrahlen auf den Boden abgesendet. Die werden reflektiert und aus der Laufzeit dieser Reflexion, die wieder aufgefangen wird, kann man die Höhe der Erdoberfläche sozusagen berechnen und daraus ein Geländemodell erstellen. Und das Gute ist in dem Fall dabei, dass das auch im Wald funktioniert, weil genügend Laserstrahlen auch zwischen den Bäumen durch auf den Boden dringen und wir dadurch ein relativ genaues Abbild der Erdoberfläche auch im Wald bekommen. Auf dem Bild kann man den Verlauf des römischen Limes, also der Grenze zwischen dem römisch besetzten Bereich und dem nicht besetzten Bereich erkennen. Und an dieser Stelle sieht man ihn ganz klar. Und hier eventuell der Wachtturm. Und hier im Wald im Übrigen noch Grabhückelfelder. Bei diesem könnte es sich rein theoretisch um einen Grabhügel handeln, der in vergangener Zeit, also ich würde mal tippen, 18. Jahrhundert schon mal angegraben worden ist. Damals ist man sehr typischerweise einfach von oben reingegangen. Wir nennen das Trichter, man hat also von oben einen Trichter reingegraben, um an die Grabbeigaben oder die Skelette heranzukommen. Und dann bleiben manchmal solche kleinen Löcher oben in der Spitze des Grabhügels drin. Auch hier gibt es so einen ganz dezenten Hinweis darauf, das könnte auch sowas sein. Axel Posluschni hat einen großen Grabhügel entdeckt, ganz in der Nähe vom Grab des Keltenfürsten. Ein winziger Punkt auf dem Scannerbild, im Wald als Grab nicht zu erkennen. Unsere Vergangenheit ist tausendfach unter unseren Füßen. Wir können sie nur nicht sehen. Die digitale Archäologie macht das Unsichtbare sichtbar. Das ist nicht der einzige Grabhügel, den wir hier in der Umgegend entdeckt haben. Es gibt mindestens noch drei oder vier weitere. Insgesamt ist aber das leider ein Verfahren, das jetzt insgesamt in Deutschland in der Archäologie massiv eingesetzt wird. In Hessen haben wir damit unter anderem auch noch weitere Ringwallanlagen im Wald entdeckt. Und ein Kollege, der in Baden-Württemberg arbeitet, der untersucht jetzt ganz systematisch das gesamte Land Baden-Württemberg, was sehr aufwendig ist. Und hat dabei schon zigtausend neue Fundstellen aus allen verschiedenen Perioden entdecken können. Auch in Irland konnte die Zahl der entdeckten Monumente mit den modernen Prospektionsmethoden verhundertfacht werden. Besonders spektakulär der Hügel von Tara, das rätselhafte Nationalheiligtum. Sitz der irischen Könige und heidnischen Priester auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Ja, der Hill of Tara hat in Irland schon eine, ja, so eine Magie, die diesen Ort umgibt. Und im 19. Jahrhundert haben sich ja auch hier die irischen Männer versammelt und haben diesen heiligen Schuhe gesprochen, dass sie nicht eher ruhen werden, bis dieses Land sozusagen unabhängig ist. Und das haben sie ja nicht ohne Grund getan. Selbsternannte Druiden bevölkern das Gelände. Abends hört man sie Harfe spielen. Christen haben hier eine Kirche gebaut. Ruth Beusing und Rosenschott begehen systematisch mit dem Magnetometer eine Wiese auf dem weitläufigen Hügelplateau. In Tara kann man davon ausgehen, dass man immer etwas findet. Und tatsächlich, die digitalen Daten zeigen zahlreiche Kreise unter der Oberfläche. Gräberhügel oder vielleicht Versammlungsplätze. Ursprünglich kannten wir nur 25 Monumente, die, die man auch oberirdisch sehen kann. Durch die Geophysik wissen wir jetzt, dass es mehr als 100 Monumente hier gibt. Viele liegen unter der Oberfläche. Auch alte Karten geben Hinweise auf verschwundene Monumente. Die schriftlosen Menschen von Tara haben ihre Geschichte in den Boden geschrieben und eine heilige Landschaft geschaffen, die man entziffern können muss. Eine tiefe Rinne auf dem Hochplateau war vermutlich einmal eine Prozessionsstraße. Deutlich zeichnet sie sich im LiDAR-Scan ab. Sie führt direkt zum inneren Heiligtum, dem Rath-Nari, einer großen Ringwallanlage. Das hier ist eine Prozessionsstraße, die der gewählte König nehmen musste, um auf dem Gipfel als König eingesetzt zu werden. Links und rechts der Prozessionsstraße sind Welle aufgeschüttet. So wurde der Blick der dort Gehenden auf das gelenkt, was dem Erbauer wichtig war. Interessanterweise gibt es hier eine Reihe Lücken, durch die man einen Blick auf sehr auffällige Monumente bekommt, vor allem auf Grabhügel. Die prähistorischen Baumeister verstanden also etwas von visuellen Effekten. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass wenn man hier oben steht, dass man hier diese Landschaft im Umfeld von Tara natürlich sehr schön weit einsehen kann. Und viele dieser Berge und Hügelkuppen, die wir sehen, auf denen befinden sich auch wiederum Monumente in ähnlicher Weise. Also nicht in dieser Fülle, wie Hill of Tara, da ist er schon einzigartig. Aber so einzelne Monumente gibt es dann auch und das nimmt wahrscheinlich auf einen anderen Bezug. Der Hill of Ward ist ein weiterer Ort mit einem rätselhaften Heiligtum. Studenten aus Dublin wühlen sich an genau definierten Punkten in den Hügel hinein. Der Legende nach liegt auf dem Hill of Ward der Ursprung von Halloween, dem heidnischen Feuerfest in der Nacht auf den 1. November. Tatsächlich finden die Studenten massenhaft Tierknochen. Als hätten die Menschen hier große Feste mit üppigen Mahlzeiten gefeiert. Der irische Archäologe Stephen Davis hat den Hügel untersucht. Mit Geomagnetik konnte er hier allerdings nichts erkennen, aus einem ganz simplen Grund. Die magnetische Prospektion ist hier nutzlos, aufgrund all der großen Feuer, die den Boden magnetisch erscheinen lassen. Dann glüht der gesamte Bodenscan und man kann gar nichts mehr erkennen. Mit der Methode des elektrischen Bodenwiderstandes aber kann man sehen, dass der große Hügel hinter mir von einer Mauer eingefasst wurde. Das ist der Grund, warum wir ausgerechnet hier graben. Wir graben einen kleinen Schnitt in den Hügel mit der Steinmauer im Zentrum. Die Geo-Elektrik misst den Bodenwiderstand und macht dann ein Bild daraus. Ein weiteres Verfahren aus dem Werkzeugkasten der virtuellen Archäologie. Erst so kann man die verschiedenen Welle und Gräben der Anlage erkennen. Wurden hier tatsächlich rituelle Feste in der Nacht auf den 1. November gefeiert? Und große Feuer entfacht? Für diese Hypothese gibt es archäologische Hinweise. Das hier ist eine Brandschicht. Der Brand war, bevor das alles hier draufgefallen ist. Die Brandschicht zieht sich bis da hinten hin. Es wurden hier Feuerfeste gefeiert. Aber es ist nur eine Theorie, dass diese Feste auf die Eisenzeit zurückgehen. Im Mittelalter haben hier Druiden und Priester große Feuer entfacht. Aber das wurde erst 700 Jahre später aufgeschrieben. Und deshalb müssen wir ein bisschen skeptisch sein. Aber wir haben hier sehr viele Belege für Feuer gefunden. Also wer weiß. Neben den Gräbern und rituellen Plätzen hinterließen die Erbauer dieser Anlagen nur noch das. Die Körper ihrer ermordeten Könige. Die Moorleichen liegen im irischen Nationalmuseum von Dublin. Die Gräber und die Toten sind die einzigen Zeugnisse der frühen Iren, die noch keine Schrift kannten. In der irischen Eisenzeit nennt man diese Menschen die Unsichtbaren, weil ihre Häuser nur sehr selten erhalten sind. Wir kennen ihre Bestattungen und Rituale, aber wir wissen leider so gut wie nichts von ihrem täglichen Leben. Die Moorleichen sind mit naturwissenschaftlichen Methoden untersucht worden. Man weiß, die Könige lebten wohlgenähert und fern von harter Arbeit. Doch sie zahlten einen hohen Preis dafür. Wenn das Wetter schlecht war oder die Ernte, wenn es viele Kriege gab und Seuchen, dann hat der König versagt und er wurde für diese Dinge verantwortlich gemacht. Die Menschen sagten, die Verbindung zwischen der irdischen und der spirituellen Natur war gestört und letztendlich wurde der König dann ersetzt. Die Untersuchung der Körper ließ auf ein seltsames Ritual schließen. An den königlichen Brustwarzen zu saugen, ist ein Ritual, mit dem die Könige eingesetzt wurden. Wenn die Brustwarzen abgeschnitten sind, heißt das, dass man diesen Mann nicht mehr verehren kann. Das ganze Königtum ist stark verbunden mit der Mutter Erde und der König ist der Partner dieser Mutter Erde. Einige der Moorleichen hatten Früchte im Magen, die erst nach dem ersten Frost gegessen werden können. Schlehen. Vielleicht wurden die Könige also am 1. November geopfert, zum Feuerfest zu Halloween. Einige Moorleichen waren vielleicht Opfer des Halloween-Vorläuferfestes Sawin. Sie hatten den Magen voll mit Schlehensamen. Mit diesem Ort sind sehr starke religiöse Vorstellungen verbunden. Und einige dieser Vorstellungen mögen direkt auf die Menschen zurückgehen, die dieses Monument hier gebaut haben. Wie in Terra, so lässt sich am Hill of Ward eine Prozessionsstraße in den digitalen Daten erkennen. Eine Straße, die in den Wiesen nicht mehr sichtbar ist. So war es auch am Keltengrab am Glauberg. Am Glauberg hat man nicht nur den Grabhügel rekonstruiert, sondern auch die Prozessionsstraße, die auf den Hügel zuführte. Sie war von tiefen Gräben eingefasst und eigentlich noch viel länger. Das kann man in den digitalen Daten gut erkennen. Die Geomagnetik verrät, wo die Straße weiterging. Inzwischen weiß man, dass die Straße von einem hohen Wall eingefasst war, der an der Sohle bis zu zwölf Meter breit war. Erst wenn die Besucher auf den Grabhügel einbogen, konnten sie ihn auch erblicken. Forscher vermuten, dass der Hügel sogar weiß gekalkt war. Wie in Irland, so waren auch hier die Monumente angelegt nach optischem Effekt, ausgerichtet nach astronomischen Kriterien. Also es ist keine Straße, die irgendwie einen bestimmten Weg von A nach B markiert. Aber sie ist ausgerichtet auf die große südliche Mondwende. Das ist ein astronomisch alle 18,6 Jahre wiederkehrendes Phänomen. Die Alhambra in Granada, kaum ein anderer Ort in Europa, zieht so viel Zeit. Die Touristen sind für viele Touristen an. Täglich dürfen nur 5000 Besucher auf die Burg. Die Tickets sind auf Wochen ausverkauft. Ein Privileg für Kai Kohlmeier, hier arbeiten zu dürfen. Kai Kohlmeier und sein Team sind seit Tagen im Palacio del Partal beschäftigt. Der Villa, die erst einem Sultan, dann einem Opernsänger und dann einem deutschen Bankier aus Berlin gehörte. Hier hat Arthur von Brinner die Kuppel 1891 ausgebaut. Heute sitzt an ihrer Stelle eine schlechte Kopie. Das ist schon ein tolles Gefühl, weil hier kann man wirklich nachempfinden, wie die Kuppel ursprünglich gesessen hat. Man riecht es, man sieht durch die Fenster durch. Das ist schon ein ganz anderes Gefühl, als im Museum zu stehen und nach oben zu gucken in einem verdunkelten Raum. Sorgsam wird der Raum in jedem Detail mit dem Hochleistungsscanner aufgenommen. Bei all der Mühe drängt sich die Frage auf, warum die Berliner die Kuppel nicht einfach zurückgeben. Doch das findet der Archäologe geradezu ahistorisch. Die Kuppel ist legal nach Berlin gekommen, da gibt es keine Diskussion. Sie hat jetzt ihre eigene Geschichte bekommen und zu dieser Geschichte gehört eben die des Vorbesitzers, dieses Bankers aus Deutschland, der sie erworben hat. Der sie dann nach Deutschland gebracht hat, in Deutschland in seinen eigenen Villen eingebaut hat. Und dann ist sie ja über den Umweg nach Berlin in das Museum gekommen. Auch diese Geschichte gehört zu dem Objekt inzwischen. Lässt sich nicht wegdiskutieren. In diesem Raum hat sich der Sultan mit Freunden und Familie getroffen. Ein privater Raum und doch hatte er auch eine politische Bedeutung. Ein Raum, dessen ursprüngliche Pracht die digitale Rekonstruktion erahnen lässt. In der virtuellen Realität ist die originale Kuppel aus dem Berliner Museum eingefügt. Die britische Islamwissenschaftlerin Anna McSweeney erforscht die Alhambra seit vielen Jahren. Der Turm ist ein Platz für Zusammenkünfte. Ein Platz, von dem aus man ganz Granada und die anderen Paläste sehen kann. Ein Ort, um zu sehen und gesehen zu werden. Und von wo aus Mohammed I. gesehen werden konnte, wie er über die Stadt blickte. Die Kuppel aus diesem Raum war eines der ältesten Bauteile auf der Alhambra. Vermutlich wurde sie um 1320 geschnitzt. Die Kuppel krönt den Raum. Und wenn wir daran denken, das ist der Platz des Sultans, dann ist das auch eine Art Krone in diesem Mirador. Sie hat auch eine symbolische Funktion. 5000 Besucher am Tag werden nicht durch das kleine Turmzimmer gehen können. Der private Aussichtspunkt des Sultans mit der kostbaren Kuppel wird den Besuchern auf immer verschlossen bleiben. Schauen Sie sich an, es ist ein Albtraum, dass hier Besucher reinkommen und können dann ihre Namen malen auf die Wände oder sich ins Souvenir rausbrechen. Das wird aus konservatorischen Gründen immer geschlossen sein. Hoffe ich zumindest. Und dann hätte ein Besucher unten die Möglichkeit, virtuell hier hochzusteigen, die eben originale Kuppel zu betrachten, sich hier umzublicken. Könnte es vergleichen mit einem Blick unten durch die Fensteröffnung. Das hat auch für jemanden, der hier das Original erlebt, der Architektur, einen großen Reiz. Wo die Wände zu hoch sind für den Scanner, kommt ein anderes Verfahren zum Einsatz. Die Fotogrammetrie. Aus tausenden Fotos, die sich überlappen, entsteht ein 3D-Modell. Prinzipiell glaube ich, dass es sehr gut ist, diese Daten, das heißt Objekte auch dreidimensional im Internet zur Verfügung zu bringen. Denn das ist eben Zugang für jeden zur Kultur. Also auch Zugang für jemanden, der sonst primär computeraffin ist und nicht die Lust hat, ins Museum zu gehen. Dass auch der die Möglichkeit hat, sich die Dinge zu betrachten oder bei dem ein gewisser Appetit erregt wird, ins Museum zu gehen. In Irland ist man schon einen Schritt weiter. Dort stehen viele bereits gescannte Objekte dem interessierten Publikum im Internet zur Verfügung. Die Datenbank wird ständig erweitert, unter anderem von Gary Devlin. Gary Devlin arbeitet für das irische Discovery-Programm. Heute ist er bei Screen auf der Wiese unterwegs, die schon Knut Rassmann untersucht hat. Denn dort steht ein seltsamer Stein. Den will Gary Devlin heute scannen. Die Wiese in Screen liegt dem Hügel von Terra direkt gegenüber. Und auch dort gibt es so einen seltsamen, stehenden Stein. In Terra hat der Stein einen Namen. Lea Fall. Wir untersuchen diesen Stein heute, weil wir meinen, er ist für die Hochebene von Terra bedeutsam. Man kann sehen, dass der Stein genau zwischen Screen und Terra aufgestellt ist. Er hat außerdem Ähnlichkeit mit dem Lea Fall-Stein, der oben auf dem Hügel von Terra steht. Wir wollen den Stein heute scannen und so ein digitales Abbild von ihm bekommen. Laut Legende ist der Lea Fall of Terra der Krönungsstein der irischen Hochkönige. Angeblich hat der Stein aufgeschrien, wenn sich der wahre König auf ihn setzte. Solche Legenden sind für den Stein in Screen nicht überliefert. Gary Devlin nutzt einen praktischen Handscanner, um den Stein zu digitalisieren. Landbesitzer sind nicht immer begeistert, wenn die Archäologen kommen. Denn entdecken sie wichtige Monumente, darf auf ihrem Land nicht mehr gebaut werden. Das Scannen gibt interessierten Zugang zum Stein in einer digitalen Umgebung. Sehr oft sind diese historischen Steine unzugänglich auf privatem Gelände, wo man nicht hinkommt. So kann jeder die Daten im Internet einsehen. Bevor die deutschen Archäologen wieder nach Hause fahren, nehmen sie noch ein paar Bodenproben. Der günstige Ersatz für eine Grabung. Die Forscher sind in Dorf, einem Gebiet, das übersät ist mit prähistorischen Hügelgräbern und mittelalterlichen Gehüften. Ein Kabel führt mitten durch eine kleine Siedlung aus dem Mittelalter. Die Daten der Geomagnetik verhindern, dass die Archäologen aus Versehen eine elektrische Leitung anbohren, statt einen mittelalterlichen Graben zu treffen. Das ist sozusagen die große Veränderung, dass ich, wenn ich jetzt anfange auszugraben, sehr, sehr viel schon weiß über diesen Fundplatz im Idealfall. Und dann auch sehr präzise meine Ausgrabungsflächen definieren kann. Und in der Regel fallen die heute viel kleiner aus als früher, weil ich dann einfach nicht mehr suchen muss. Die Archäologen bohren an einer Stelle, an der sie eine Abfallgrube vermuten. Wie moderne Mülltonnen sagen ihre historischen Vorgänger eine Menge Überlebensumstände der Bewohner aus. Dass die Techniker die richtige Stelle getroffen haben, das können sie sofort erkennen. Was man hier schon ganz gut sieht, das ist jetzt die unterste Schicht des Ganzen, was wir jetzt im Bohrkopf hatten. Und hier ist noch zum Beispiel Holzkohle drin, das Schwarze da. Da wissen wir also schon, wir sind noch mit in der Kulturschicht drin. Aber das überrascht mich jetzt nicht, weil wir ja durch die Geomagnetik, wir ja genau wussten, dass es an der Stelle eine Struktur ist, die wir ja schon relativ genau zuordnen konnten. Und dementsprechend jetzt, wenn wir das nicht gefunden hätten, wissen müssen, okay, wir haben irgendwas falsch gemacht bei der Vermessung. Aber es war richtig. Wir haben sehr, sehr viele Informationen, ohne einen Spatenstich gemacht zu haben. Und was besonders schön ist, dass wir auch in den Bohrkernen schon gesehen haben, dass da Holzkohle drin sind. Also wir können da natürlich C14-Datierung machen. Wissen, wie alt ist diese Holzkohle. Das heißt noch nicht, dass wir wissen, wie alt der Graben ist. Aber so tasten wir uns ran. Und wir wissen dann natürlich auch, wenn uns die Botaniker dann die Holzkohlen untersuchen, was sind das für Bäume, die hier genutzt wurden, verbrannt wurden. In Frankfurt werden die Bodenproben weiter untersucht. Den kleinen Holzkohlestückchen aus der historischen Abfallgrube kommt dabei die gleiche Aufmerksamkeit zu wie einer antiken Keramikscherbe. Schließlich wird der Boden noch mit Röntgenstrahlen beschossen und somit in seine chemischen Bestandteile zerlegt. Knut Rassmann ist dabei besonders einem ganz bestimmten Element auf der Spur. Ein Mensch, der scheidet im Jahr ungefähr ein Kilogramm Phosphor aus. Bei Tieren, Rind sind es dann vielleicht acht Kilogramm. Das heißt, wenn wir viel Phosphor haben, heißt das natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eben Mensch und Tiere dort eben halt Fäkalien in den Boden gebracht haben, das ist relativ hoch. Also insofern ist das so ganz grob gesprochen immer für uns ein erster Indikator. War das eine Siedlung, die jetzt nur ganz kurze Zeit genutzt worden ist? Oder ist es eine Siedlung, die über längere Zeit genutzt worden ist? Und je höher dieser Impact an Phosphor ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Siedlung wirklich lange Zeit genutzt worden ist. Die Archäologen kennen dank ihrer Hightech-Geräte viele Stellen, wo sie graben könnten. Doch sie tun es nicht. Denn wer gräbt, vernichtet Spuren, die mit künftigen Methoden wichtige Erkenntnisse versprechen. Wir haben ja auch eine Verantwortung. Archäologie ist eine endliche Masse. Die Fundstätten, wenn sie es gibt, die wachsen nicht nach. Und was ausgegraben ist, ist der Forschung auch entzogen. Das ist leider in der Archäologie im Zuge des Rausgrabens inerent. Digitale Archäologie ist die Zukunft der Vergangenheitsforschung. Nur am Computer darf der Archäologe trotzdem nicht arbeiten. Wir stehen ja hier in der Landschaft und wir spüren das, was diese Landschaft ausmacht. Wir sehen den Hill of Tara, wir sehen die Topografie, wir spüren das Ganze. Und ich glaube, das kann man in einer virtuellen Welt nicht abbilden. Also das sind wichtige Hilfsmittel, die nutzen wir, die brauchen wir auch. Aber der Archäologe, der muss schon ins Gelände. Musik Untertitelung des ZDF, 2020